Das funktioniert nicht immer bei mir, Fräulein. Oh, das hat sie gut gemacht. Das war eine nette Aktion. Ja, das hat sie nice gemacht. Hat sie richtig nice gemacht. Ja, das hat sie nice gemacht. Hoppa-la. Ja, das hat sie gut gemacht. 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 Alles bedeutet, also die oder was? Hat es doch etwas lieber gemacht. dass das was кварти zu betrifft. Ja, das Café ist. Das 양pre Such. 상황 5 Ja, wir gucken mal, wie es so läuft. Versprechen tue ich jetzt mal gerade noch nix. Ah, ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Komplett ruhig alles. Aha. Nö. Oh, und sie achtet auf die Paletten. Guck an. Schau mal eine an. Oh, wow. Ja, und ganz schön Speed drauf, die Frau. Hä, hä. Hä, hä. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hab ich dich. Haha, Jake, dein Ernst? Ja, das war sehr schlau. Hab dich nicht gesehen. Oh, Mann. Ich würde sagen, läuft bei denen. Hi, Jake. Ich sollte mal zu meinem Totem zurück, glaube ich. Hi. Hoppala. Da bin ich hängen geblieben. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ah, sie ist da lang. Okay. Ja. So, Jakey. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt da vorbeigezogen habe. Sollte eigentlich nicht sein. Verdammt. Den hätte ich nochmal gehabt. Mist. Irgendwie weiß ich nicht, warum. Ich hab die Maus nicht bewegt. Und trotzdem hat er verzogen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber interessant, wie sie alle auf meinen Toten gieren. So. Perfekt. Alles gut. Die Unterhaltung beim Kochen ist super. Das freut mich. Das freut mich. Und du bist ja knüffig. Wollst du einen Hit? Kriegst du. Cam. Wow. Leute, ernsthaft? Ihr Cam-Fetishist, Mann. Hi, Opa. Ey, 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 ey. Wie geht's? Ah ja, der war... Da hat er gut aufgepasst. Oh, nice. Nice. Aber mein Toten lass ich trotzdem nicht aus den Augen, kannst du vergessen. Hehehehe. So, einfach nur, weil ich's kann. Hier war auf jeden Fall jemand. Ah. Jake. Moin. So. Erstmal alles wegmachen, was ihm hilft. Ah, okay. Hier war eigentlich noch die andere. Oh. 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 Affiliate. Genau. Das ist das Programm, warum ich die Subs habe. So sieht's aus. Oh, er hatte ein... Oha. Er hatte doch tatsächlich ein Dings dabei. Tja. Tja. War irgendwie zu erwarten, dass er das Fenster nimmt. Jetzt kommt natürlich erstmal D-Strike. Und zack. Und zack. Japp. Und zweier. Mhm. Und er ist links weg. Mhm. Ach, du bist ja knuffig, Junge. Mhm. Vergiss das Sägen nicht. Nein, vergess ich nicht. Ich bin einfach zu schlecht zum Sägen. Das sieht man doch. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Man sieht's. Na, ich treff dann vielleicht mal aus Glück ein. Aber. Ich komm nicht hinterher, wie du siehst. Na, mit dem Sägen ist einfach gesagt. Klappt leider nicht so, wie es soll. dann mach mal so dann machen wir so und wir hängen mal